so gut sie fix ist drin ok also es war aus und jetzt leistet wieder unseren beitrag ja unseren profi beitrag ich will mal hier mf machen soll ich wieder den schritt reinschmeißen oder wollen wir alle zusammensuchen ruhig schon schritt reinschmeißen was brauchen wir denn für die aufgaben also also parabol muss einer mit rein stemmen oh gott das ist ja so klein die tote sind nicht draußen glaube ich da nicht oder leuchten wo ich die bäume auch so so rot so wenig feuerberg auf ja sonst so ein flackern oder was meinst du bei mir wie so eine disco ist dann so flackere ich ja das habe ich auch richtig hell gott hier ist auf jeden fall nicht der anmacher das hast du jetzt vergessen die kopflampe weil ich will kein taschlampe mit vielleicht habe ich auch lsd genommen wo bist du bist du meine stimme hier habe ich was gehört nee ich habe ich habe glaube ich war mit dem hals meine stimme hey der war kurz hier warum glaube ich werde ein bisschen sein muss auf jeden fall nicht dieser band zirkel ich habe noch kein mf also hier unten hatte ich mf aber kann natürlich sein dass das ist eigentlich oben macht ihr nirgends von licht an die sie haben ja nicht und die sollen die oben war sie nicht hier unten sehe ich keine sicherung die ist geradeaus rechts oder stone aber da waren wir ja schon nee im mess blau oder rosa zurück die knochen wer ist blau oder rosa wer ist blau jetzt ja das glaube ich klo war marcel ist blau ich bin rot rosa war weiter geradeaus und dann rechts links stopp zurück das war der falsche raum rechts geradeaus und noch mal rechts da hinten oder nicht naja so nein da habe ich nur einmal kurz mfg ist doch haben das toll als angemacht so lange macht jetzt jetzt aber zumindest licht barbo haben wir auch hier etwas geworfen im schlafen glaube ich glaube ich ganz viele altäre oder wie man das nennt ja ich werde nachher wieder fotografieren ich das ist ja oder hier so dass das ich mache mal kameran so lass mich mal kurz sprechen mit dem geist ja ich mach mal kurze seance warte 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 der jagt oder das weiß ich nicht versteckt euch ich stehe draußen die lsb lsd bäume immer noch ja die sich aber auch er hat mich gesehen und ausdauer mehr er ist aber nicht schnell oder jetzt weg ich musste leider schon smutschen wo ist denn jetzt hier bist du hier ja wir haben geister box jetzt erstmal hier im kruzieren ja aber nur m4 so hat das buch zugemacht es gibt doch irgendein geist der mit dem buch interagiert aber nicht reinschreiben und hier sendet hier ist auch mies schon geil mit den lsd bäumen aber ich glaube wir haben ob ich die ja doch wer es denkt aber immer noch habe ich das jetzt gemacht ja du kannst du machen ich glaube das ist ein ohrpeter der tür oder ja ja doch da ja da ist noch okay wir haben ob wir haben was noch geister box aber ob aus dem joker normalen was gesehen ich hatte das gesiegt nur dann aber gefriert und was wird hier ausschließen und her und das ist also haben wir jetzt müssen die ok nur können es nur noch auf kann man auch alle wir können die dinger fotografieren ja dann nehme ich jetzt mal Sanity. Ach ja, das auch noch. Hätte ich auch nehmen sollen. Ja, komm doch raus und nimm es. Ja, jetzt ziehst du ich. Stone hat wieder nur 1%. Okay. Leben am Limit. Ich sehe den Orb gar nicht. Den hat er aber gesehen, da warst du mich rechts im Bild. Warte mal, stopp. Habe ich jetzt schon Sanity genommen? Also ich habe noch nicht genommen. Ich habe einmal Sanity geklaut. Hier, ich lege die mal hier auf den Schreibtisch. Foppen. Nur Marcel hat noch nicht genommen. Ja, Marcel, die liegen auf dem Schreibtisch im Auto. Die haben wir auch alle. Bleibt jetzt nur noch Fotos machen. Bin dabei. Hast du oben überall fotografiert schon? Ne, bist du nur unten. Nein, das habe ich auch noch verkackt, oder? Ja, das ist eine Foto können wir löschen, was ich hier angeklickt habe zum Löschen. Ja, das schmeißt da irgendwas rum. Äh, irgendjemand? Noch mal eine. Fällt dir? Ich habe einen Toten fotografiert. Jetzt, hier bist du grün, du musst noch einmal ein Häkchen setzen. Beim Foto. Zum löschen. Achso. Äh, welches Foto wollt ihr denn? Achso, okay. Also, ich glaube, unten habe ich jetzt alle Totems. Hat einer Salz mit, damit wir noch Salzfotos machen können? Wieso haben wir einen Motto mit Stufe 2? Äh, hier unten war der eigentlich noch. Ey, Pommes, das sind starre Totems, weißt du? Und du schaffst es von dem ein Zweierfoto zu machen. Ja, sorry dafür. Das müssen wir löschen. Alle, alle, alle löschen. Ich bin noch Azubi. Das ist jetzt gelöscht. Wenn du das löscht, ist das doch kacke. Nee, das können wir ruhig löschen. Wir haben es ja fotografiert und es ist verschwunden. Ja. Und dann machen wir jetzt noch Salz, damit wir genug Fotos haben, die Stufe 3 haben. Wie viele Totems haben wir denn? Das weiß ich jetzt nicht. Haben wir die Fotos jetzt schon gelöscht? Also ich zähle zwei, vier, sechs, acht. Nee, sieben, glaube ich. Oder, nee, keine Ahnung. Ich finde hier auch keins mehr hier oben. Achso, sanity. Sanity. Runden waren viele, aber ich glaube, das sind schon alle Abkommens. Also ich habe hier oben habe ich jetzt keins mehr. Habt ihr den Knochen schon? Ja, den Knochen habe ich. Ich glaube, dann haben wir alle, oder? Ja, ich mache jetzt auch mal Salz. Und gucken wir mal, ob er da noch reinläuft haben. Hä, wir haben ein Zweierfoto. Ja, sorry. Zwei Zweierfotos. Ist doch aber egal, es müssen das Dreierfotos sein. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ja, es müssten alles Dreierfotos sein. Warum? Dann müssten wir die löschen. Ja, weil die können wir ja nicht nochmal machen. Stimmt, die können wir nicht nochmal machen. Was können wir nicht nochmal machen? Die Toten. Löschen die einfach raus. Mein Gott, ich schmeiße dir auf meine Sachen. Mein Gott, der macht ja eine Action nach der anderen. Und ich bin hier drin. Jetzt hier löscht man die beiden Fotos. Ja, löscht die Fotos jetzt. Ich bin hier drin und kämpfe um ein Überleben. Solange du da... Ja, okay. Jetzt können wir noch zwei Fotos machen. Aber er läuft nicht durchs Salz. Doch. Doch, jetzt ist er durchs Salz. Eins. Hä? Oh, er jagt? Oder warum ist die Tür zu? Ja, er jagt. Hä, wir haben noch kurz hinterliegen. Ist er umgezogen? Nee, ist er nicht. Hä? Ja. Wieso jagt er mit Kutzis? Lass es aufhören. Du darfst nicht reden. Aufgehört. Ja, er hat aufgehört. Ja, weil du gestorben bist. So, wir hauen ab. Ciao. Danke, dass die Fotos rechtzeitig gelöscht worden sind. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Wieso haben die Kutzis sich nicht beschützt? Die waren schon alle aufgebraucht. Hä? Okay. Das ist ja toll. Habt ihr alle gewählt? Mhm. Juh. Nein. Wir sind weg. Mal gucken, wie viele Punkte wir jetzt gemacht haben. Wo steht das? Blutmonst. 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 Oh mein Gott. Ja. Ja, keine Ahnung. Jetzt können wir ja nochmal gucken. so gerade waren wir 15 14 jetzt ist momentan 15 7 was weniger weil du gestorben bist was nein da habe ich auch also das ist ja der gesamtwert also ist ja für alle gleich und ich habe 22 team punkte fürs blut und haupt dann muss ich hier wieder mal die dinge raus machen ja das kann sich auch sparen tempometer muss noch mal genau okay so ach dieser leuchtturm wo einem so schlecht wird weil man die ganze zeit im kreis läuft jetzt erst mal den gas was das verstecken glaube ich auch echt schwer ich weiß aber noch nicht so genau wo die sports sind um sich zu verstecken also naja das problem ist ja wenn er dir dann entgegenkommt dann ist angeschissen naja mal so richtig doll ein bisschen die hand und rauch so aber schon geil mit dem blut und auch jetzt habe ich natürlich wieder zur schlampe nicht ich schmeiße ich schmeiße einfach alles in wo ich gehe mal vor und guck mal wo es kalt wird oder kann man das erst messen wenn man den strom angemacht hat ja eigentlich sollte der strom angemacht werden aber der sollte eigentlich doch hier ich weiß nicht wo der ist hier ich habe hier schon braunes wasser unten ja und eben f2 aber ich weiß nicht wo der strom irgendwann da kommt du hast schon steht hier eingebracht hast du ja im flur und strom ist an das augen ist es natürlich kann also ich frage auch sofort mal bist du hier wo bist du bist du bist du alt bist du jung bist du lieb wo bist du die dusche aufgemacht bisher so nicht geantwortet hier ja hier sind es aber also ist hier das ist wirklich convenient kamera jetzt haben wir zwei kurzes drin das ist schon wieder was sagen so solz dass die benutze ich das ding der muss ich rechtsklick drücken beim reden oder du kannst einfach reden einmal rechtsklick dann ist es an dann kannst du einfach reden aber jetzt wurde schon geantwortet war ja das wie wurde schon geantwortet ja das wird blau dann also das ist rot oder halt blau wenn es blau ist oder so weiß nicht dann hat er dir geantwortet aber ich höre doch hier so wie radios stimmen ist er das ja theoretisch schon oh gott ist das 5 nee 3 sollen wir eigentlich schon oben anfangen totem fotos zu machen oder erst später kannst du eigentlich machen hier ist noch eine fingerabdruck taschenlampe dann gehe ich mal ganz nach oben und arbeite mich nach unten hier macht doch mal einer ich weiß nicht ob das der antwort war das hörte sich an wie radio gelaber warte mal 7,6 also gefrieren ist bleib ins buch raus aber ich glaube ich habe ihn in den dots schon gesehen oder geht dann noch mal überprüfen ok fingerabdruck haben wir auch brauche ich auch nicht mehr obwohl mach nochmal mach nochmal box bitte box ja ich weiß nicht ob er mir geantwortet hat wie viele treppen geht das denn hier hoch immer eine grüße was habe ich jetzt gehörte ok bist du hier wo bist du die dotziger nicht gibt mir ein zeichen ja ich habe ihn auf dem box 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 mach mal die dots bitte an der wand damit ich das besser sehen kann wir sind an der wand aber dann kann man als eine dusche ja dann macht die fingerabdrücke auch auf der dusche macht sie trotzdem an lassen ja kann ich machen ich mache hier und box fähre ist raus das kann ich den schon klein also ja wir haben jetzt box ultraviolett auf jeden fall ich glaube ich habe dort auch schon gesehen aber das finde ich noch mal geprüft ja warte mal ich kann ja noch ein dots mitnehmen noch eine kamera mitnehmen also orb ist halt raus ne noch mal dots wird glaube ich nix verliegen schreib ins buch schreib ins buch egal wir nehmen alles mit ja orb ist raus vom ausschlussverfahren her raus oder von ausschluss kann nicht mehr sein ich glaube der ist in den dots rumgelaufen und in stone reingegangen also ich bin mir ziemlich sicher dass es trotz ist so jetzt haben wir noch eine kamera da dann wird es ein phantom sein ja ich glaube ist ein phantom hast du ihn nicht in den dots gesehen ja wenn er gejagt hat er hat aber auf jeden fall auch schon mal das kurze fix und drei du machst ja schon fotos von den ganzen ja ich dachte du merkst das ist weil das ist einer schon wieder ein zweier foto gemacht geworden aber ich habe mich ja schon hin und vielleicht sollte man hier einen geilen job soll zu machen mehr nicht wir müssen auch übrigens noch entkommen im geist während einer jagd und einigen bereich mit räucherstäbchen ok hast du gesehen ja ich glaube gerade ist der in stone reingegangen ja da ist er dort das ist alles klar phantom dann noch komm schon ich hole mal und jesse holt mal dings ab ne wollte ich tot sein ja aber dann müsste ich ja wieder die ganzen treppen hoch latschen was händen zum alles matchsticks mit ich kann jetzt quasi gar nicht mehr reingehen ich lasse ein zwei stück hier vorne schon mal liegen und natürlich noch wir müssen einmal räuchern wo er ist ich freue ich aber was höre ich denn hier immer für ein komisches geräusch ich höre ihn flüstern ja ich glaube es kommt von oben wo ich sehe ihn dort ekelhaft zum kriecher ja jetzt muss er eigentlich nur mal jagen ich habe schon ich habe schon das match ok kamera dabei wir haben alles nur die mit lichter ich nehme die kamera mit ja stone macht das live live camp aber ich habe nur fünf totems sehr gut kann das sein weiß ich nicht und von oben alles abgegangen ja dann stimmt das wohl noch denke ich mal den keller gibt es hier nicht was auch draußen draußen ist ja auch nicht viel da ist ja nur die vorne dieses ding zum laufen ja so ich bin wirklich das ganze nach oben kim clark genau zeigte ich könnte doch einfach die über die sind doch nicht mehr da die kruzis der eine ist ja schon verbrannt kommen dem geist während einer jagd müssen alle entkommen glaube einer reicht aber dann muss man gesehen worden sein ja 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 stone ist ja mit der kamera live action mäßig so richtig dran ja da musst du zumindest hin rennen ich kann dir dann entgegen kommen ich habe auch noch zwei smudge bei gibt uns ein zeichen zeigt ich komme raus ja er kommt jetzt noch was da ist hier ist hier ist hier wo ist er mit und kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir musst du uns etwas darum kommt zur treppe ja weil sie dann doch hoch gekommen ist und ich bin nicht hochgegangen weil ich dachte sonst kriegte dich danke dass du zur treppe gerne gerne gilt das jetzt als entkommen nein und jetzt hat es doch und kein smudge und doch das meiste die auch benutzt ich habe eins mal schlicht dann noch die kamera wegschmeißen jetzt so ich glaube die linken wo bist du jetzt dass ich will mein leben fürs team ich gucke auf den dingen sieht halt witzig aus wenn stone gast gibt und da lang rennt ja er kommt er kommt er kommt er ist nur event oder und jetzt war es ein smudge ja gut das sitzt umgelaufen ja hinter dir genau hinter dir habe kein austaus und die das leben und man wird sich freut einfach ja und jetzt war meine aufgabe nicht geschafft als hat wir kriegen jetzt keine punkte oder was bedeutet das kann sagen oder die rechnen das anteilig was so welcher geist war das jetzt da fahren wir nach hause hatten einen job die jungs obwohl die sagen wir hatten drei smudge ist aber ja aber warum bist du gestorben weil ich unten gewartet habe auf dich ja also anteilig gibt es auch was ja obwohl 20 oder 22 da tut auch nicht so viel zu sagen bei 16,06 als community wir haben zwei prozent dazu beigetragen klasse ja wir haben mit 13, irgendwas angefangen und jetzt sind wir bei 16 also haben wir doch unseren unsere zwei prozent beigetragen 2, irgendwas wir sind aber die besten klar ich sage mal ciao ciao das ding ist machen andere jetzt überhaupt auch irgendwas oder das ist ja weltweit ist ja weltweit also das heißt eigentlich müsste man wirklich immer mal alle paar tage gucken damit man das die trophäe kriegt ja du musst zumindest bevor dass die welt vorbei ist musst du in diesem schreien wir zumindest eine belohnung abholen das ist irgendwie nicht so erfüllend jetzt gerade ja vor allen dingen weil andere können einfach warten bis man fällig ist und müssen gar nichts tun das machen möchte also ich fand halt einfach wenn man die letzten events bedenkt wo man wo so sachen in den himmel gestiegen sind oder so das war schon cool naja ja also sowas weißt du da das ist halt dass das schockt halt wenn du dir was erarbeitet ist und und das kommt direkt was und du hast ein ziel jetzt ist es so ziellos das stimmt ja aber das ist wie das ist zum community event und so wahrscheinlich das war nicht so erfüllend jetzt traurig ja die mussten ja gleichzeitig konsolen version für dich machen ja ach komm schon konsolen version die hätten sie schon seit 800 jahren fertig haben können das hätte jetzt nicht unbedingt zu halloween sein müssen ich weiß nicht wie viele leute daran arbeiten Ich war das filme ich war ja auch ganz schön ich war ja ich war ja ich war ja ich war ja